So, eben kurz die Aufnahme neu gemacht. Oskar und sogar Jinn. Sie sind zusammen durch die Hölle gegangen. Daran muss ich an Orten wie diesen immer denken. Ja, und jetzt müssen wir hier drin auch durch die Hölle gehen. Jo. Ich muss mir echt mal die alte Teile von Gears auf Bord nochmal zocken, um einfach nur so, dass wirklich die gleichen Orte sind. Das wäre wahrscheinlich so mega geil. Ach, Entschuldigung. Ah, bist du am Schwächeln. Bäm, zack. Hei, tetei. Hasch, hasch. Hei, tetei. Baskel? Aha. Da ist die Festung. Los, rein da. Okay. Leute, noch ein Nest. Moment, Moment, Moment. Nest. Und, danke. So, erstmal in Deckung gehen. Ah, nee, das ist ja noch ein Nest. Äh, Nest. Gut, das war's erstmal für die Nester, die beiden, ne? Also, zwei. Äh. Okay. I love it. Alter. Baskel ist schon cool. Komm zurück, wir sind noch nicht fertig. Ja, lass ihn da kommen. Verletzt. Verletzt. Und? Wo ist es doch? Äh, Nest. Ich hab zufällig, äh, einen Schlüssel für. Bitteschön. Frag, Wolf. Das zerstört. Gut. Ich muss aber eben kurz zurück, äh, weil bei den Nestern sind ja, glaube ich, mal Frack-Granaten, ne? Ja. Danke, wollte ich gerade sagen, mach du das mal. Und ich schau mich mal erstmal um. Wo Nest da gibt. Also, gleich, wo es Nest da gibt. Okay. Okay, 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 aber moin, 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 kein Stress hier. Wow. Wow. Hehehe. So. Dann zeig ich dich mal. Na komm. Geht doch. Du musst jetzt nur echt schauen. Oh. Ey, Alter. Es gibt's doch nicht. Ja, komm. Danke. Entschuldigung, aber... Ging jetzt mal eben nicht. Äh, Fracky, Fracky, Fracky. Hat einer eine Idee, wie wir die Zuckbrücke runterlassen? Ach, Brandgranate, ja. Eigentlich ungern. Aber egal. Das ist für mich. Man muss die doch runterlassen können. Ja, ich... Ich hab ne... Warte mal. Ich hol erstmal das, was ich verloren habe. Beziehungsweise weggelassen habe. So. Oh. Oh. Nice, 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 nice. Äh. Also, die Brücke senkt sich. War mir klar. Ein Zweck, eins bleibt noch. Ja, öff. Vorsicht, scharf schützen. Dort hättet ihr auch mal können. Machen wir mal so. Äh. Okay, doch. Hopp. So, das sollte es gewesen sein. Au. Au. Ja, ist egal. Komm. Ich kann's auch vor eurer Schnauze fallen lassen. Einmal so. Scharf und Granate. Die reine Krone weniger. So, du wechselst den Platz. Warum? Ich weiß jetzt nicht, was das für einen Sinn gemacht hat, aber... Ja, Heschau. Scheiße, er hat uns. So, kann ich nicht... Ja, zum Glück ist das Tor zwischen uns, hm? Das ist doch Glück, oder? Oder vom Programmierer so gewollt. Äh. Äh. Äh, äh. Das sieht man wieder so ganz nach Secret aus. Secret Money? Money, money, money. Money wär gut. So. Da ist der Hesher, Teddy. Äh, es ist... Scheiße. Alter, geht das mir jetzt wirklich auf den Zwirn jetzt, aber... Er los, Beeilung. Ja, Beeilung. Er muss die ganze, äh... Ja, die ganze Milie aufgeräumt werden. Ja, Beeilung, sagt er. Eine tote Drohne. Nur eine. Ich wechsle mal die Knarre. Ja, fuck. Die hat aber auch einen ziemlichen Verzucht, ne? Hier. Zack. Das geht. Eigentlich haut die Waffe gut rein. So, direkt erst mal auf die Bühne. So, wo bist du? Hier, ladest du noch? Du lädst noch. Ach, du Scheiße. Bin im einen blöden... Ach, komm. Du zeigst dich jetzt erst mal. Bäm. Ja, die Jalousie schon wieder. Eine tote Drohne. Geht doch. Alter. Ich dachte, es ist Feierabend hier. Na. Na. Ich krieg so viel. Geh jetzt einfach mal näher ran, weißt du was? Bevor ich hier ganz meine Munition verbrauche. Na, ist ja schön für den Scharfschütz. Sehe ich schon wieder hier nix. Ich muss irgendwie gucken, dass ich irgendwie hier auf der Couch, äh, Livestream oder aufnehme, weil es ist vom Winkel echt bescheuert. Na komm. Ja, jetzt wechsle es zu. Okay. Dann gehst du jetzt auf die Seite. Alter, willst du mich jetzt... Jetzt mal im Ernst. Oh, da wüsst du ja Banane von. Boah. Oh, das ist aber jetzt hell. So, Moment, Leute. Es geht nicht anders. Ich muss, ich muss da was dagegen tun. Äh, ich... Wenn's so dunkel ist, ich seh jetzt nur noch das Licht, äh, von der Sonne. Das geht mal gar nicht. Momentchen. Okay. Wir sind mal sehr, wonach. Komm. Ja. Boah. Weil. So läuft das doch optimaler. So, jetzt seh ich mal wieder was hier ne Bude. So, jetzt muss ich eben kurz meinen Streamer eben kurz aktualisieren. Oh, oh. Da läuft aber nicht eben alles rosig. Moment mal. Ah, die will's noch nicht. So, zack. Kicken wir mal hier rein. Äh, so. So, kicken wir mal was. Äh, top Spiele. So. Wir gucken jetzt mal eben kurz mal live mal was rein, weil ich bin da jetzt echt neugierig. Da wird nicht hier komplett alles angezeigt. Ja, sind aber nicht grad so, äh, also das wird hier nicht anscheinend so viel wie haben geguckt. Alle ansehen, kanäle auf deutsch. Und bin mal jetzt gespannt. Ja. Sind nicht viele, die gerade, gerade gucken. Also, nur auf einen Kanal wird gerade geguckt. 404 Zuschauer, der Rest ist so wirklich verteilt mit 1 und 3 und 2 Zuschauer. Boah, ist das kacke, ey. Mist, Mist, Mist. Ich meine, das am Freitag, äh, war ja wichtig wegen dem Job. Sonst, sonst hätte ich echt, äh, den Donnerstag bis Freitag morgens streamen können. Das wäre echt kein Problem. Als einer der ersten, der streamen lobt. Hat schon geil. So. Alter. Ja, mach doch keinen Stress hier. Alter. Rötert mich auf dem Zwirn. Jetzt aber. Äh, guck mal. So, Frag, weil, äh, ich bin mir jetzt grad ein bisschen viel. So, danke. Du, die Ecke da. So, einer weniger. Verdammt. So. Danke. Das war eigentlich nur ein, ne? Da oben war noch einer, hab ich gesehen. Äh, äh, voll. Äh, voll. Alter Frack-Würf, oder? Ach, da unten. Aber jetzt zieht es so aus. Ich hab' gerade, der Sch... Dann komm zu mir. Hase. Äh, ich geh' noch hier. So. So. Du tanzt mir ein bisschen zu sehr... Von meiner Linse rum, Digga. Von meiner Linse rum, Digga. Es geht nur so, so nisch. So, ich hab' da irgendwo ne Lancer gesehen. Äh. Dachte ich, dass ich ne Lancer gesehen hab. Also, Muni. Ich hab' noch Muni. Ich hab' noch Muni. Oh. Wow. Jaaa. Das passiert. Wieso hat er sich nicht versteckt und nachgeladen? Was weiß ich schon. Alter. Willst du nicht mit mir battlen? Komm. Komm. Battle mir. Battle mir. Keiner mischt sich ein. Tö-düm, 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 tö-düm. Tö-düm, tö-düm. Haben die jetzt... Haben die jetzt beide gegenseitig nachgeladen, so. So. Alter, wer von uns kann? Schnarrn, Arla. War das alle? Sieht so aus. Vorerst zumindest. Gehen wir nach unten. Kann ich nicht so nach unten? So nach unten. Willst du mich zerwaschen? Oh. Hab sie. Freut mich. Muss einen anderen Weg gehen, weil so runter kann ich nicht, ne? Ach da. Vor lauter Botanik weiß ich auch nicht mehr. Oh. 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 Das muss der Ort sein, wo diese Bieste herkommen. Und wohin diese Hescher gehen. Also. Wer geht zuerst rein? Hey, J.D., wie wär's mit ner Runde Steinscherepapier? Hm. Ernsthaft? Du bist miserabel in Steinscherepapier. Äh. Wie kann man miserabel in Steinscherepapier sein? Na ganz einfach. Du nimmst immer Papier. Na ja. Probieren wir's. Drei, zwei, eins, los. Ach. Verdammt. Gut, dass ihr nur eine Runde gespielt habt. Der Plan ist aber noch die Hescher-Verfolgung, oder? Ja. Ist das ein Problem? Außer, dass wir nicht wissen, wo er ist oder wohin er will. Klar. Toller Plan. Hey, der ist unser Hescher. Ist es derselbe? Ich hab Markes Funkgerät nicht gehört. Nur ein Weg, das rauszufinden. Gehen wir nach unten. Hm. Dann geht's da noch weiter. Boah, es wird dann immer tiefer runtergehen. Immer tiefer, immer tiefer. Aber hier wird sicherlich noch was versteckt sein. Aber ich erwarte noch irgendwie auf so einen Bosskampf. Ne, wie bei so bei den früheren Teilen mit der Spinde und Hass nicht gesehen. Gerade bei diesem... Das wollen wir mal. Ähm. Na, Hescher? Da hat's aber jetzt gefunkelt. Ach, später Granate. Perfekt. Lancer hab ich schon. Retro Lancer. Ne, danke. Kein Bock auf die Bayonette. Das Beste ist und bleibt wirklich die Kettensägen, Lancer. Unter anderem. Ja. Oh, ich hab' ich auch vermisst. Ich hasse dieses Geräusch. Da kommen sie! Ja, können sie auch wieder gehen. Oh, hab' ich den jetzt erwischt? Äh, jetzt erwischt von tot, meine ich. Werfer Granate! Wann? Was soll das denn jetzt? Wow. Gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt diese scheiß Pickeln nicht erwische. Ich hab' kein Bock, dass die Viecher da rauskamen. Ja, warte denn jetzt, entscheid dich für ne Seite. Voll auf die Birne. Das war's. Das letzte ist erledigt. Ja gut, schön. Und eine Gurgel. Aber weißt du was? Kapseln sind ja auch irgendwie ein gutes Zeichen. Warte um. Wir sind auf der richtigen Fährte. Wäre gut, wenn die Katakomben uns zur Mine führen. Oder zum Muni. Ich brauch' da jetzt kein Mist oder sowas. Hey! Zur Hölle, will er hin? Wahrscheinlich zu ihren Freunden. Na los, hier unten. Ja. Geh ja schon. Ja. Maskel. Kann nützlich sein. Ja, frag dich nur warum. Wofür? Weil das Ding haut rein. Ich vermute, wenn ich da einmal daneben baller, also sprich zu den Kapseln, dann fliegen die Viecher ohne Ende hier raus. Ich meine, ich bin sehr geil. Ja. Ja. Da kommen ihre Freunde. Da setze ich die Säge ein. Wenn mir die mal zu nahe kommt. Genau. Schießen werde ich definitiv nicht. So. Bisschen nach vorne. Wo ich nachsägen kann. Nach hinten. Zack. Jo. Bisschen blutig. Alter, bleib doch mal jetzt locker. Ich weiß nicht, warum ich an den Film denken musste. Aber ich hab mir, ähm, gestern Abend noch einen Film reingezogen. Äh, Bolles Geburtstag hat, ne. Ähm, glorreichen sieben. Fand ich für einen Westernfilm. Richtig cool. Okay, das sieht nicht gut aus. Oh. Hm. Wir sind ohne. Oh. Okay. Muss eh aufpassen. Ich wusste es doch, ich wusste es doch, ich wusste es, heia Popaya, äh nicht da, schon in Deckung gehen, um mehr machen, alter, das gibt's doch nicht, muss das sein, ich sag ja, das ist kacke, hallo, ja, schön, freut mich, alter, habe ich jetzt irgendwas gewischt, oh, ich höre Frauchen wieder zuhause, ey wunderschön, kein Schaflitzer, aber das fehlt schon wieder, welche Teile, ich hab da nichts rausgemacht, irgendwas fehlt anscheinend, bei dem Kauf der Schalusik, es, ey, wir machen das mal anders, wenn der nicht sterben will, hilft der Vater nach, so, perfekt, alles klar, das war's, so liebe Freunde, das Tor öffnen, würd ich sagen, mach mal beim nächsten Mal, weil, ähm, sonst, äh, wird das hier jetzt wieder nicht klappen, meine Frau kann einfach nicht Sachen sein lassen, die sein lassen soll, ich werde den Stream beenden, wird heute Abend noch mal vorbeistarten, das heißt, äh, wir machen dann die Kampagne weiter, tut mir leid, klappt nicht so wie geplant, aber seid ihr bei mir gewohnt, gewohnt, sag ich mal, ja, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal, bei dem Stream, also, denkt dran, wir machen einfach mal so, ich gehe einfach online, die da jetzt bis jetzt, was ich fanden, sollten wir am besten Followern, also auf diesen Button drücken, denn ich denke mal, so gegen 8 Uhr komme ich nochmal online, und dann wird weitergedattelt, so, ich bedanke mich, nach ne Stunde? echt, jetzt passt das zeitlich? passt mal auf, wir machen das so, okay, ja gut, ich hab gedacht, wir müssen, ja gut, das wusste ich jetzt nicht, nach ne Stunde, nach ne Stunde kannst du was? ach so, ja gut, dann hat sich das ja schon mal erledigt, passt auf Leute, ich bin mal eben kurz, dann offline, dann helfe ich meine Frau, anscheinend hat sich das andere dann erledigt, das wusste ich ja jetzt gar nicht, ähm, dann sehen wir uns gleich wieder, nur, das müsst ihr, dann wird es hier langweilig, deswegen, ich komme gleich wieder, wer, was? okay, zwischen einer, und ne ganze Stunde, ne, aber dann komme ich wieder online, also, äh, wie gesagt, eben mal kurz warten, dann bin ich gleich wieder da, ich unterbreche den Stream, bis gleich, bleibt dran, Button drücken, Followern, bis gleich, also, euer AlphaTief, so, auf, na, nein,